Mein Name ist Angelo Weber und ich bin in der UBS Zentralschweiz als Vorsorgerspezialist tätig. Ich erfülle das Diplom als Finanzplan mit eigenössischem Fachausweis entgegennehme und zuvor habe ich noch die Ausbildung als Finanzberater IAF abgeschlossen. Ich habe mich für die Weiterbildung entschieden, weil ich meine Kunden bestmöglich beraten und in der Planung unterstützen will und ich kann sagen, dass mich diese Ausbildung perfekt darauf vorbereitet hat. Das Gelehrte konnte ich tagtäglich schon anwenden und nur dank dieser Ausbildung habe ich auch die Möglichkeit in der Vorsorge jeden Tag auch zu arbeiten. Die Ausbildung habe ich sehr praxisnah gefunden, auch sehr spannend und Themen waren sehr breite Staffeln. Am meisten gefallen hat mir vor allem der Austausch mit meinen Mitstudenten und aber auch mit den Dozenten. Ich kann definitiv jedem empfehlen die Ausbildung zum Finanzplaner zu machen. Es ist sehr praxisnah, breit und hilft einem einfach bei den Kunden bedürfnisorientiert beraten zu können. In der Zukunft möchte ich noch das Studium als Bachelor anfangen und auch neben Beruf mich menschlich und fachlich immer weiterbilden. eaborlerin. Freizeuern undschaft Daher K S